Bereich 1 ist aktiviert. Nur Abus-Alarmanlagen bieten durch die Kombination aus Mechanik und Elektronik doppelten Schutz vor Einbruch. Das UltiVest-System kann dank der KNX-Anbindung aber noch viel mehr. Die Funkfenstersicherung FTS 96e verhindert durch Eisenzargen mit über einer Tonne Druckwiderstand den Einbruch und meldet schon den Einbruchsversuch an die Zentrale. Über das KNX-Modul des UltiVest-Systems wird das gesamte Licht im Haus eingeschaltet. Selbstverständlich erfolgt gleichzeitig die klassische Alarmierung über Sirenen per Protokoll oder Telefon. UltiVest – mechatronischer Einbruchsschutz plus KNX von Abus